Latein einfach erklärt das Partizip Perfekt Passiv Ihr kennt das Partizip Perfekt Passiv bereits vom Perfekt, Plusquamperfekt und Futur 2 Passiv. Dieses kann aber auch ohne Esse stehen und zu einem Nomen gehören. Dann spricht man von einem Partizipium Konjunktum, von einem verbundenen Partizip also. Dieses stimmt in Kasus, Numerus und Genus mit seinem Bezugsnomen überein, genauso wie ein Adjektiv. Somit haben wir sozusagen ein Mischwesen, da aus einem Verb ein Adjektiv geworden ist. Im Deutschen haben wir dieses Partizip auch. Wir nennen es meist Partizip 2. Zum Beispiel das Partizip 2 von ergreifen heißt ergriffen, also die ergriffene Frau oder der ergriffene Sklave. Im Lateinischen lernt ihr bei den Stammformen der Verben die Partizipien immer mit. Zum Beispiel Capere, Capio, Cepi, Captum. Dieses Captum kann als PPP nun zu allen möglichen Nomen hinzugefügt werden. Dabei bildet es alle Endungen der A- und O-Deternation wie ein Adjektiv auf Us Aum, also Captus, Capter, Captum. Wie wird das Partizip im Konjunktum übersetzt? In dem Beispielsatz Europa, Adeo, Capta, Clamavit kann man das Partizip im Deutschen nachmachen. Die vom Gott ergriffene Europa, die mythologische Frau ist hier gemeint, schrie. Das klingt aber oft etwas umständlich. Oder man bildet einen Relativsatz. Europa, die vom Gott ergriffen worden war, schrie. Oder man bildet einen Adverbialen Nebensatz mit nachdem. Europa schrie, nachdem sie vom Gott ergriffen worden war. Manchmal bildet es sich auch an, einen Weil- oder Obwohl-Nebensatz zu bilden. Mit nachdem funktioniert es aber meistens ganz gut. Wie ihr bemerkt habt, sind die Nebensätze, die ihr aus dem Partizipium Konjunktum bildet, immer vorzeitig zu übersetzen. Steht also im Hauptsatz Präsens, übersetzt man Perfekt oder Präteritum. Steht der Hauptsatz in der Vergangenheit, nimmt man Pluskonperfekt. Wichtig ist, dass ihr unterscheidet, ob bei dem PPP auch ein SS steht. Dann habt ihr nämlich einen normalen Passivsatz. Zum Beispiel Europa, adeo, capta, est. Europa wurde vom Gott ergriffen. Oder ob es sich um ein Partizip ohne Esse handelt. Dann habt ihr die drei genannten Möglichkeiten der Übersetzung. Also auch im Deutschen ein Partizip. Oder als Relativsatz. Oder als nachdem, beziehungsweise weil und obwohl Nebensatz. Also genau hinsehen. Latein einfach erklärt, das Partizip perfekt passiv. Entschuldigung. Vielen Dank.